Wir müssen uns noch im Angriff steigern, vor allem wenn es um Torabschlüsse geht. Aber wir haben definitiv eine realistische und gute Chance. Die Österreicher haben mit Sicherheit noch mehr Druck, da sie höhere Erwartungen haben. Wir versuchen einfach rauszugehen und es zu genießen, in Paris zu sein und werden eine gute Einstellung an den Tag legen. Ich werde nicht komplett aufhören, aber zumindest in diesem Amt als isländischer Nationaltrainer. Ich werde schließlich nicht jünger. Ich fühle mich privilegiert durch die ganzen tollen Erfahrungen. Jetzt ist der beste Moment, was wir alles erreicht haben, über die Qualifikation bis hin zur Chance auf das Weiterkommen. Wir haben hart gekämpft, um hierher zu kommen. Wir haben als kleine Kinder geträumt, dass das hier jetzt wahr wird. Aber das reicht uns jetzt nicht. Wir wollen weiterkommen. Jeder von uns will noch ein paar Wochen hierbleiben.